Dieses Video wird wieder einmal von meinem Partner OneFootball unterstützt. Also holt euch hier! Howdy, liebe Cowboys und Cowboy-Rennen! Was ist denn das weibliche Wort für Cowboys? How good? Howdy, liebe Cowboys und Cowboy-Rennen! Und herzlich willkommen zum greatesten Kanal auf ganz Texas! Ja, liebe Leute! Also in meinem letzten Video hatte ich ja angesprochen, warum so lange keine Livestreams mehr kamen. Und nun ja, seitdem kamen eine Woche lang keine Livestreams mehr. Denken auch sie an Verhütung, damit sie nicht solche seelischen Qualen ertragen müssen! Aber, liebe Leute, das alles hatte einen guten Grund. Denn ich, Sir Mohamed Medwurst, hersteller sieben Weltbeeren und Weltrekordhalter im Furzen mit Durchfall, wurde entführt. Ja, liebe Leute, ihr habt richtig gehört. Ich wurde entführt. Ich war wieder einmal auf einer Anglertube mit meinen besten Freunden unterwegs, als ich im Davy Jones Arsch erschwand. Es war nass. Es war nass. Es war kalt. Ja, aber eigentlich war es auch ganz geil. Aber! Gott sei Dank kam Joost Michael, der heilige Blauball aus Atlantis! O-M-G, ich möchte sterben! Und rettete mich, als ich am Boden lag. Just Michael, ich liebe dich! Ja, das war der Grund, warum keine Videos kamen. Es tut mir leid, okay? Alles klar, liebe Leute! Jetzt werden wir drei Spielerwahlobjekte ziehen! Bitte! Bitte, lieber Gott! Ey, Demirbay! Das ist der zweitbeste Spieler! Komm! Belarabi! Jawoll! Belarabi, Digga! Der ist, der ist okay! Oblak! Pfarr! Maka! Pavelenka, Junge! Demiray, Junge! Streiken! Streiken! Boah, Skritte, Junge! Dreh dem Goldfieler-Pack! Ey, Mann! Komm, bitte! Ey, Mann! Torera! Ja! Bam, Alter! Ah, Lopez! Nimm mal mit! Prime Goldfieler-Pack! Jetzt geht's ab, Alter! Wuuu! Kann mich bitte einer umbringen? Ja! Walkout! Komm, Alter! Wuh! Bitte, bitte, bitte! Wrong Price! Wuh! Hügelorie, Alter! Nice, Mann! Das nehmen wir mit, Alter! Endlich ein fucking Walkout, Alter! Ich krieg Krebs, ey! Junge! Ist das geil! Okay! Ja, was soll ich sagen? Ist jetzt wieder ein normales Packler, Freunde! Hey, komm schon! Valeri! Mann! Alter! Hey, Mann! Alter! Ich krieg noch nicht mal Schlitzes hier raus! Wenn wir in diesen neuen Packs keinen Walkout mehr ziehen, dann weiß ich auch nicht, was ich tun soll, Freunde! Schlitz! Wuuu! Oh Mann! What the fuck?! Mein Stream ist abgeschmiert! Ey! Alter! Hey, Boy! Da hab ich wohl ein bisschen zu fest zugeschlagen, liebe Leute! Ja! Walkout! Bitte, bitte, bitte! Inform-Walkout? Stopp mal, die Informs sind alle scheiße! Oh! Ding hierbei! Hallöchen, Popperchen, du süßer Fick-Tacke! Ich bin Kerem Demirbay und wenn du dieses Video nicht likest, komme ich heute Abend zu dir und kacke dir in deine Socken, du fette Arschbacke! Du bist dann schon der